Ja, hallo zusammen. Ich bin Wulf Dorn und ja, die Zeiten sind schwierig. Man kann sich momentan nicht persönlich auf Lesungen begegnen. Deswegen gibt es heute eine kurze Online-Lesung aus 21 dunkle Begleiter. Der Roman ist bei CBJ erschienen und hat im vergangenen Jahr den Glauser-Preis 2020 als bester Jugendkrimi erhalten, worüber ich mich riesig gefreut habe. Er erzählt die Geschichte von Nika, einem reanimierten Mädchen, das seinen Mörder sucht. Und die ganze Geschichte beginnt so. Und man stelle sich an dieser Stelle jetzt bitte die Stimme einer 16-Jährigen vor. Post-Morten Niemand kann sich an seinen allerersten Gedanken erinnern. An diesen einen ganz besonderen Moment, in dem für uns alles beginnt. Den Moment, in dem wir begreifen, dass es uns gibt. Den Moment, in dem wir beginnen zu sein. Dabei haben wir bei unserer Geburt eigentlich schon ein vollständig entwickeltes Gehirn. Es hat etwa 100 Milliarden Nervenzellen und die sind durch fast 100 Billionen Synapsen miteinander verknüpft. Diese Zahl ist unvorstellbar, oder? Kein Wunder, denn sie ist tausendmal größer als die Summe aller Sterne der Milchstraße. Jeder von uns trägt also ein eigenes kleines Universum in sich, das, wie die leere Festplatte eines Computers, nur darauf wartet, mit Wissen, Gefühlen und Erfahrungen gefüllt zu werden. Und das wird es ständig. Denn unser Geist ist unermüdlich. Er arbeitet auch dann, wenn das Bewusstsein schläft. Inzwischen wissen wir eine Menge über das Weltall, über ferne Galaxien und Planeten, die Lichtjahre von uns entfernt sind. Aber über dieses eine ganz besondere Universum, das wir in uns tragen und das uns zu einer eigenständigen Persönlichkeit macht, wissen wir noch immer viel zu wenig. Wie entsteht ein Gedanke? Wie eine Idee oder ein Gefühl? Und was bleibt eigentlich von uns, wenn wir einmal nicht mehr sind? Im Durchschnitt hat jeder Mensch etwa 60.000 Gedanken am Tag. Manche sind vielleicht unbedeutend, aber viele davon können unser Leben verändern. Unsere Zukunft. Das, was aus uns werden wird. Und aus anderen. Wir lernen, verstehen, überlegen, planen, hoffen, wünschen und lieben. Und das alles macht uns zu den Menschen, die wir sind. Bis wir dann irgendwann ein allerletztes Mal denken. An diesen letzten Gedanken, meinen letzten Gedanken, kann ich mich erinnern. Ich hatte Angst, schreckliche Angst. Mein Name ist Nika. Ich wurde ermordet. Aber das war erst der Anfang. Ja, und es ist auch der Anfang von 21. Ich hoffe, ich konnte euch neugierig auf dieses Buch machen. Wünsche euch auf diesem Weg alles Gute. Vor allem bleibt gesund. Und noch wichtiger, bleibt munter in diesen Tagen. Bis bald. Ciao. Ciao.